happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die geburtstag haben und herzlich willkommen bei wettkampbell ich spiele heute free firemax und ja ich werde mal sagen wir starten mit br und danach geht es nach cs viel spaß ok die erste runde geht los heute werde ich kein live streaming machen können weil ich bin heute auf der kirmes ich weiß nicht welche kirmes das ist aber wurde heute eingeladen zu einer kirmes ich bin mal gespannt aber findest du auch schnell heraus ne man gibt einfach nur ein kirmes bei jügel heute dann steht da bestimmt die kirmes wo ich bin so da ich gerade wieder alleine spiele ist mache ich wieder meine eigene methode das heißt meine methode ich laufe hier rum und sammelt das ein wo der computer sagt das kann ich einsammeln kann passieren dass ich jetzt gleich noch was anderes einsammeln werde weil auf dem weg nach oben kann passieren dass ich jetzt gleich noch was anderes einsammeln werde und da passt oder nicht über wenn oben auf oben 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 Nach oben, es geht weiter nach oben. Oh, guck mal, jetzt hätte ich auch lange laufen können. Schon wieder geändert? Hmmmm. Okay, guta. 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 Ist es da oben? So. ich gehe mal gleich weiter lieber ins csvot deswegen viel spaß okay dann würde ich mal sagen geht es los was soll muss nur einkaufen ein bisschen spät auf play gedrückt den pilz das brauche ich ja gar nicht Helft mir! hier läuft einer Oh. Okay How are you, Shaft? No, that's not all we need to do Let me get the weapons together Thank you, Shaft Thank you Okay I'm the whispering shadow I'm the whispering shadow And the roaring flame Forever entwined Hmm Nicey-dicey Yeah First blow Double kill Double kill Double kill Double kill Triple kill Triple kill Okay I am the whispering shadow And the roaring flame There are resources Forever entwined Hmm There are resources I have to repair it 1 2 3 Okay What is going on here? What is going on here? 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 ok wenn schon bitte Royale nicht geklappt hat dann wenigstens dieses Jahr ich war nur der zweitbeste trotzdem gut gewonnen besser als vorher gut dann würde ich mir sagen das war es für heute ich sage danke für die zuschauer ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid bis dann viel spaß und auf Wiedersehen tschau 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 bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann